In der Kirche Heiliger Johannes der 23. der katholischen Hochschulgemeinde Köln, Bernrather Straße, finden die letzten Vorbereitungen für ein ungewöhnliches Konzert statt. Unter dem Namen Wüst Studies haben sich Studentinnen und Studenten der Kölner Hochschule für Musik und Tanz und der Kunsthochschule für Medien zu einem Experiment zusammengefunden. Die drei künstlerischen Leiterinnen und Leiter der Bereiche Musik, Tanz und Bildgestaltung haben sich dafür im Vorfeld mit dem Kirchenraum auseinandergesetzt. Chantal Bergemann von der Kunsthochschule für Medien ist für die Bildgestaltung verantwortlich. Jetzt haben wir aber diesen wunderbaren Raum zur Verfügung gestellt bekommen durch Luis und wollten den auf jeden Fall wegen der Architektur, wegen den Lichtmöglichkeiten durch die Fenster, also wegen allem eigentlich gerne bespielen. Und dann ist es natürlich auch eine ganz spannende Komponente, wenn Zuschauer dabei sind. Das Ermöglichen derartig kultureller Experimente gehört zu den Aufgaben der katholischen Hochschulgemeinde. Neben der Kirche bietet sie den Studentinnen und Studenten Platz für unterschiedliche Aktivitäten. Das Café Leselampe ist ein Aufenthaltsraum zum Arbeiten und Lernen. Es wird Beratung angeboten bei psychischen, sozialen oder auch finanziellen Notlagen. Erwünscht ist auch das soziale Engagement der Studierenden in den für sie kostenlosen Räumlichkeiten. So wird hier zum Beispiel regelmäßig Deutschunterricht für Flüchtlinge angeboten. Der leitende Hochschulpfarrer Klaus Tram-Behrendt erklärt die Bedeutung von Partizipation für die Arbeit der katholischen Hochschulgemeinde. Das finde ich ist ein sehr wichtiger Begriff, der hier auch für die Arbeit der Studentengemeinde, glaube ich, sehr prägend ist. Also nicht irgendwie die Hauptamtlichen bestimmen, was hier passiert oder die Studierenden sind jetzt ein Objekt unserer großartigen Überlegungen, sondern natürlich bieten wir hier Räume, so als Räume sozusagen so geografisch. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, also inhaltliche und soziale Räume zu schaffen, die die Studierenden selbst füllen können und müssen. Kultur und Musik hat in der Hochschulgemeinde eine zentrale Bedeutung. Die Gottesdienste können musikalisch gestaltet werden, verschiedene Chöre proben hier regelmäßig und es gibt immer wieder besondere Experimente, wie das der Wüst Studies. Louis Reichert verantwortet die Koordination der verschiedenen Angebote, motiviert und unterstützt die Studierenden. Der Projektleiter, der Jonas Vollmer, ist hier auch schon in der katholischen Hochschulgemeinde aktiv gewesen und daher kennt er diesen Raum und hat es geschafft, die Leute dafür zu begeistern, hier in dieser Kirche ein interdiszipläres Projekt auf die Beine zu stellen, was auf mich einfach sehr, sehr begeisternd wirkt und ich glaube auf die Besucher und Besucherinnen heute Abend auch. Nach einer Begrüßung vor der Kirche konnten die Besucher in die unterschiedlichsten Klangwelten eintauchen und den Aktionen der Tänzer folgen. Die Zuschauer suchten sich die Perspektive aus, von der aus sie dem Geschehen folgen wollten. Die Blickwinkel der Kameraleute wurden auf verschiedene Monitore projiziert und so hatten alle Beteiligten die Möglichkeit, miteinander zu interagieren. Die Architektur der Kirche verbreitete dazu im wechselnden Licht eine ganz besondere Atmosphäre. Die Architektur der Kirche verbreitete